IX Lebenswehr lännernde Sofortmaßnahmen eigentlich hat Generalmajor Pavel Rebelle gut jedem Grund gut gelaunt zu sein. Die Operation Neue Ordnung läuft rasant an. Die ganze Mannschaft, Alek Toretslav an erster Stelle, ist mit Feuereifer bei der Sache. Zarte Fäden werden mit den rochelen Truppen drüben im Indiesystem gesponnen. Oberste Priorität hat dabei die Geheimhaltung. Auch wenn Leviathan zu Westerburg alles andere tat als das spärliche Militär seiner Großcousine Königin Hypatien,